Eine heftige Debatte ist in den letzten Tagen um das Thema Staatsbürgerschaften ausgebrochen. Die SPÖ hat ja vorgeschlagen, die Wartefrist auf einen österreichischen Pass von derzeit 10 auf 6 Jahre zu verkürzen und dass Kinder, die hier geboren werden, automatisch Österreicher sein sollen, wenn zumindest ein Elternteil seit über 5 Jahren legal im Land ist. Die Grünen unterstützen das. FPÖ und ÖVP lehnen die Erleichterungen vehement ab. Die linken Parteien würden so die Mehrheitsverhältnisse im Land ändern wollen, hat ÖVP-Club-Chef Wöginger heute behauptet. Tatsache ist jedenfalls, dass immer mehr Menschen in Österreich leben, die keine Staatsbürger sind, wie Peter Babuzki berichtet. Sie haben ihr ganzes oder fast ihr ganzes Leben in Österreich verbracht. Österreichische Staatsbürger sind sie aber trotzdem nicht. Hier in einem Jugendtreff in Wien vernetzen sich junge Erwachsene wie Santos Bad, Seit vier Jahren versucht er, österreichischer Staatsbürger zu werden. Ständig höre ich, warten Sie bitte vier Wochen, rufen Sie dann an. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen angerufen, haben Sie gesagt, ja, es dauert ein paar Monate noch, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Auch die in Österreich geborene Ebru Sokolowa hat schwer Nachvollziehbares erlebt, etwa als von ihr ein Deutsch-Nachweis verlangt wurde. Ich glaube kaum, dass es schwer zu merken war, dass ich der deutschen Sprache mächtig bin. Tatsächlich ist es in Österreich besonders schwer, Staatsbürger zu werden. Das zeigen auch internationale Studien, die anzeigen, wie kompliziert es ist, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Relativ einfach ist es in Ländern wie Neuseeland oder den USA. Im Mittelfeld liegt Deutschland. Österreich findet sich ganz am Ende der Skala. Nur in Bulgarien ist es noch schwerer, Staatsbürger zu werden als bei uns. Warum aber ist es hier verhältnismäßig schwer? Man muss relativ gute Deutschkenntnisse nachweisen. Zweitens, man muss zehn Jahre in Österreich gemeldet gewesen sein. Drittens, man muss ein Einkommen für viele Jahre nachweisen, das höher ist, als es in manchen einfachen Berufen verdienen überhaupt. Der Anteil von Menschen, die hier wohnen, aber keine Staatsbürgerschaft haben, steigt und steigt. In den 80ern lag dieser Anteil nur bei vier Prozent, aktuell sind es schon 17 Prozent. Diese 17 Prozent dürfen aber auch nicht wählen. Ein demokratisches Problem, sagen Kritiker. Ich fühle mich definitiv ausgeschlossen, einfach aufgrund dessen, dass meine Stimme und meine Interessen nirgendwo vertreten werden können, weil ich auch nicht das Recht habe, dass ich sie irgendwo zur Schau trage im Sinne von Wahlen. Ich würde schon gerne wählen. So eine Zeit lang hatte ich kein Interesse, weil ich war beschäftigt mit Arbeit und so alles. Aber wo ich gemerkt habe, ja, es passiert immer Sachen, was einem nicht gefällt, habe ich, denke ich schon, ja, wieso nicht, weil ich habe auch eine Stimme. Santos Bad will es auch deshalb weiter versuchen, die österreichische Staatsbürgerschaft doch noch zu bekommen. Amen.